Was machen wir heute? Was machen wir eigentlich mit Elektriker? Wenn wir Fahrzeuge vorbereiten, oder wenn wir den noch mit Elektriker oder uns zu hüten können. Ne, Quatsch. Wir schmeißen die ganze alte Geleuchtung raus, außer die über der Werkbank, die bleibt. Und da setzen die gegen neue. Stärkere, schönere und hoffentlich besser. Was wird noch neu? Natürlich unsere Kalender für 2019. Aber die sind jedes Jahr, ne? Ne, Spaß. Da ich nachmittags noch oder abends noch lange weiter hatte nach der Arbeit, hab ich uns aber noch ein bisschen bearbeitet. Und gestern kamen an und nur neue Hoodies. Finde ich so ziemlich cool. Gucken Sie sich das Otef an. Wofür? 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 Geil. Und wirklich mehr kann man dazu nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das so im Hintergrund schon sieht. Das wird der Hammer. Kann man jetzt gar nicht so darstellen, weil kein Fahrzeug jetzt hier drin ist. Aber ich werde das noch mal filmen, wenn ein Fahrzeug drin ist. Das ist wirklich mega mäßig. Also diese Spots sind wirklich absolut krass. Ich weiß gar nicht, wie man das demonstrieren soll. Also wirklich Hammer.